Hallo und herzlich willkommen zum Wochenwetter hier bei Wetter.net. Ja, auch Gwinlan hat ja wie versprochen uns ein tolles Wochenende beschert. Am Samstag und Sonntag gab es 14 bis 15 Sonnenstunden und die Temperaturen sind zum Teil deutlich über 25 Grad angestiegen. Ja, und nun kommt der Vatertag bzw. der Christi Himmelfahrtstag und es sind ja viele Väter mit dem Bollerwagen unterwegs. Und da möchte man natürlich hoffen, dass das schöne Wetter noch durchschält, doch es wird wahrscheinlich nicht so kommen. Schauen wir uns mal den aktuellen Trend an. Heute am Montag gibt es viel Sonnenschein und die Temperaturen erreichen nochmal 22 bis knapp 30 Grad entlang des Rheins. Ähnlich wird es auch morgen am Dienstag werden. Die Sonne lacht vom blauen Himmel herab und die Höchstwerte erreichen 23 bis 30 Grad. Am Mittwoch könnte es dann noch ein Tick wärmer werden. Denn entlang des Rheins sind hier und da bis zu 31 Grad möglich. Aber dann gibt es schon mehr Wolken und Richtung Norden und Osten. Da kann es sogar im Tageslauf einzelne Schauer und Gewitter geben. Ja, und nun der Blick aufs lange Vatertagswochenende. Und da sehen wir schon, am Donnerstag wird es sehr wechselhaft werden. Im Tagesverlauf gibt es immer wieder Schauer und teilweise auch kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmbönen und Hagel. Da sollte man also bei seinen Ausflügen ab und zu mal einen Blick nach oben werfen. Die Temperaturen, die erreichen im Osten nochmal 25 bis 28 Grad. Sonst wird es mit 16 bis 23 Grad schon deutlich kühler. Der Freitag wird dann kühl mit 13 bis 20 Grad, aber wieder freundlich. Oftmals scheint die Sonne und auch der Samstag bleibt freundlich. Beim Gemisch aus Sonne und Wolken werden immerhin schon wieder 20 bis 27 Grad erreicht. Ob es danach auch so schön weitergeht, das ist noch offen. Das schauen wir uns in den kommenden Tagen nochmal etwas genauer an. Mit diesen Aussichten einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.